Hallo. Ein junger Mann hatte mich angeschrieben und es tut mir leid, dass ich jetzt darüber rede, aber das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich nenne ja keine Namen. Der sagte, er ist 20 Jahre alt, ist jetzt sehr glücklich in einer Beziehung mit einem Mann, aber sein Problem ist, dass das seine Familie teilweise ablehnt, teilweise, oder auch Freunde von ihm, die das ablehnen und so sagen, das ist eine Erkrankung. Es ist keine Krankheit. Eine sexuelle Orientierung ist Gott gegeben. Es gibt auch sehr viel Homosexualität im Tierreich. Ich möchte das jetzt nicht so vergleichen, weil immer Leute sagen, das ist so anormal oder so. Das ist es nicht. Und ich finde es nur traurig, dass man in der heutigen Zeit noch darüber diskutieren muss. Ich als Mutter bin doch glücklich, wenn mein Kind glücklich ist. Und da sollte mir doch das Geschlecht des Partners völlig egal sein. Jetzt hätte ich fast gesagt, ich habe es gerade noch runtergeschluckt. Rosa Ponys, Rosa Ponys. Aber das Glück meines Kindes sollte doch vorne ranstehen. Und es ist doch völlig egal, wer ihn da glücklich macht. Und wenn es Freunde sind, die das dann ablehnen, dann sind das keine Freunde. Denn der Mensch hat sich ja nicht verändert. Mit dem war man vorher jahrelang befreundet. Jetzt outet er sich als homosexuell und plötzlich ist das falsch. Der Mensch hat sich nicht verändert. Der Charakter ist der gleiche geblieben. Er liebt nur gleichgeschlechtlich. Das ist alles. Also, da einen riesen Zinnober draus zu machen und dann diesen Menschen abzulehnen, dann muss man sagen, muss man sich von diesen speziellen Menschen trennen. Und innerhalb der Familie ist es traurig, aber man kann es nicht jedem recht machen. Und ich als Mutter oder auch als Vater würde doch sagen, Mensch, toll. Da ist ein Mensch, der macht mein Kind glücklich. Und das ist das Leben meines Kindes, das ist nicht mein Leben. Und wenn man sich dann vor anderen Leuten schämt, zu sagen, ja, mein Sohn ist homosexuell geworden oder meine Tochter lesbisch, da sollte man doch wirklich mit hocherhobenen Kopfen drüberstehen. Hauptsache, der Mensch ist glücklich, finde ich. Und deswegen finde ich das so traurig, dass es immer noch zu dieser Zeit ein Thema ist. Finde ich sehr, sehr traurig. Ich habe ganz, ganz viele homosexuelle Freunde und auch Frauen, also das spielt überhaupt gar keine Rolle, dass wir haben immer mega Spaß, solange sie mich nicht bekehren möchten. Hat meine Freundin probiert, da habe ich gesagt, da fehlt mir was. Hat sie auch voll akzeptiert. Aber jemanden deswegen auszugrenzen, empfände ich für total falsch. Das Leben ist bunt. Wir Menschen sind bunt. Haben wir ein bisschen mehr Toleranz, oder? Wäre angebracht.